Und damit Hallo und herzlich Willkommen, meine lieben Damen und Herren, zu einem, zum letzten Video in diesem Jahrzehnt. Und es ist auch das letzte Mal in diesem Jahrzehnt, dass ich mich hier hinsetze vor dieses Mikrofon und für euch was aufnehme. Und jetzt kommt natürlich dann auch vielleicht die Frage so, hä, warum ist das denn hier eigentlich kein Jahresrückblick, sondern ein Rückblick aufs Jahrzehnt? Das ist ja total, warum ist das denn sowas Besonderes für den Spacko, der hier sitzt? Es ist für mich was Besonderes, weil ich im Jahr 2010, im Sommer, angefangen habe mit Let's Plays. Das heißt, in diesem Punkt habe ich entschieden, dass ich meinen Lebensweg so gehe, wie ich ihn jetzt gegangen bin. Diese eine Entscheidung, dass ich morgens um 7 Uhr aufgestanden bin, mich vor meinen PC gesetzt habe, Lego Star Wars angemacht habe, auf die Aufnahmetaste bei Fraps gedrückt habe und einfach nur gesagt habe, willkommen zu diesem Let's Play. Okay, das hat mein Leben die letzten 10 Jahre maßgeblich beeinflusst, verändert und auch begleitet. YouTube hat mich immer begleitet, seit diesem Tag wirklich täglich, kann man nicht anders sagen. Da ist fast kein Tag vergangen, an dem ich nicht einmal auf YouTube gegangen bin oder halt auch an YouTube gedacht habe, auf irgendeine Art und Weise. Und da möchte ich euch so ein bisschen kurz mit noch nehmen und dann natürlich auch ein bisschen über 2019 noch quatschen und dann auch so ein bisschen noch 2020 schon mal anteasern, was so alles passieren wird, hoffentlich passieren wird. Und dann entlasse ich euch auch in das neue Jahr, in das neue Jahrzehnt und möchte aber beginnen mit einem kleinen Satz, der mir irgendwann mal, wo ich nicht so gut drauf war, wo es mir nicht gut ging, ist der mir eingefallen. Da habe ich ihn aufgeschrieben, weil ich ihn persönlich in genau diesem Video hier verwenden wollte. Und ich hoffe, dass er euch vielleicht irgendwie ein bisschen Motivation gibt, irgendwie vielleicht ein bisschen auch den Start ins neue Jahr irgendwie leichter macht. Weil auch, ich bin nicht der Fan davon, der sagt, neues Jahr, neues Ich und neues Glück und hui, alles wird direkt besser. Nein, da muss man was für tun. Punkt. Es wird nicht ab morgen alles plötzlich besser laufen. Nein, ihr müsst dafür aufstehen und was tun. Und das hoffe ich, dass dieser Satz, das euch vielleicht, euch dazu motiviert, das zu tun. Denn bald beginnt ein neues Jahrzehnt. Und ganz ehrlich, wir können an dem Vergangenen nichts mehr ändern. Gar nichts mehr. Nein, gar nichts. Aber wir können das neue und dann so junge Jahrzehnt, können wir zu einem der Besten machen, die es jemals gab. Aber dafür müssen wir kämpfen. Weil, es passiert halt nichts. Einfach so. Wenn ihr die ganze Zeit zu Hause sitzt und nichts macht, könnt ihr nicht damit rechnen, dass ihr einen großen Schritt weitermacht oder so. Nein, dafür müsst ihr auch was tun. Sei es auch nur, wenn ihr zu Hause sitzt und lest. Aber wenn ihr nur zu Hause sitzt, in eurem Sessel und gar nichts macht, dann passiert nichts. Dann ändert sich nichts. Wenn ihr das tagtäglich macht, passiert gar nichts. Aber wenn ihr irgendwann anfangt, euch ein Buch zu nehmen und zu lesen, bildet ihr euch wenigstens. Wenn ihr dann vielleicht auch irgendwann noch den Schritt macht, nach draußen zu gehen, könnt ihr Menschen beeinflussen. Im positiven Sinne natürlich jetzt. Ihr könnt das Leben anderer Menschen einfacher machen, glücklicher machen. Ihr könnt es natürlich auch schwerer für diese Person machen. Aber das sollte nicht euer Ziel sein. Aber es passiert. Da kann man nichts gegen machen. Und jetzt würde ich tatsächlich mal da anfangen, wo wir auch schon vor ungefähr einer Woche saßen. Nämlich am Anfang meiner Let's Play Karriere. 2010. Im Sommer. Da habe ich angefangen mit Let's Plays, um Leuten ein gutes Gefühl zu geben, um ihnen Spaß zu bereiten, damit sie sich freuen, damit sie kurzfristig aus der Realität entspringen können und einfach mal an nichts denken. Sondern einfach nur daran denken, was sitzt du eigentlich für ein Vollhorst vor der Kamera oder vor dem Mikrofon und labert da. Und dann vielleicht einfach lachen. Und vielleicht auch ab und zu mal auch ein bisschen nachdenken und merken, Mensch, der Junge, der hat ja recht, das geht weiter. Es funktioniert irgendwie alles. Und nicht aufgeben am Ende vielleicht. Das war so eines meiner Ziele. Und das war 2010. Und wenn man mir da auch gesagt hätte, dass ich mein Leben so entwickelt, wie ich es sich jetzt entwickelt hätte oder hat, hätte ich gesagt, hast du doch niemals. Das würde niemals so passieren. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so viel Freude mit meinen Videos mir selbst bereite und auch hoffentlich auch vielen anderen Leuten bereitet habe. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass ich so viele Leute kennenlerne, die mir am Ende so wichtig werden. Wirklich ans Herz wachsen. Teilweise sind Beziehungen entstanden durch YouTube beispielsweise. Aber Tatsache, sowas ist entstanden, aber auch eben sehr viele Freundschaften. Um hier einfach mal so ein paar Leute zu nennen. Ein Yoshi, eine Honey, ein Astro, eine Dani. Ein Ludus. Ludus, falls du das hier siehst. Auch super guter Kumpel, mit dem man viel zu wenig macht. Neo. Ich könnte Tausende aufzählen, glaube ich. Wirklich. Tausende ist ein bisschen übertrieben, aber ich könnte bestimmt noch weitermachen. Aber mir fallen gerade so die Namen nicht ein. Alive. Schirilla, Little Miss Grumpy jetzt auf Twitter. Weiß ich jetzt nicht, wie ich dich jetzt genau nennen sollte. Aber die Schiri auf jeden Fall. Und sowas alles. Solche Menschen sind in mein Leben getreten und die möchte ich nicht missen. Auch andere Leute, die man vielleicht noch nicht so lange kennt und wo man auch noch nicht genau weiß, wo mit denen die Reise hingeht. Beispielsweise in Dailo. Jetzt durch TTT. Auch da wäre ich ziemlich traurig, wenn das irgendwie mal zu Brüche geht oder ähnliches. Und wenn mir das jemand gesagt hätte, dass ich am Ende so einen Bezug zu vielen Leuten im Internet habe, dem hätte ich am Anfang gesagt, nein, niemals. Weil ich da auch nicht der Typ für war. Ich wollte meine Videos machen für mich selbst, in Anführungsstrichen, um die an die Masse weiterzugeben, damit die lachen können. Und ich selbst wollte, in Anführungsstrichen, eher im Hintergrund bleiben. Nicht großartig Kontakt mit diesen Leuten aufbauen. Und das ist aber passiert. Und das ist so 2014, 2013, 2014. In diesem Jahreswechsel ist das ziemlich stark passiert, weil ich da auch eine Trennung abbekommen habe. Sagen wir es einfach so. Und mich dann dazu entschieden habe, in ein Minecraft-Let's Play einzutreten. Und das hat wunderbar funktioniert. Dadurch habe ich die ersten Leute kennengelernt, mit denen ich wirklich Kontakt habe. Da gehörte beispielsweise der Ludus dazu. Und dadurch ging es dann immer weiter im Endeffekt. Es ging immer einen Schritt weiter. Dann kam Dani beispielsweise, dann kam Josch, viele andere noch und so weiter und so fort, die man heute noch kennt. Also die ich heute dann auch noch, mit denen ich jetzt gerade sehr viel Kontakt habe und mit denen ich mich auch sehr freuen würde, wenn man da vielleicht noch mal ein bisschen mehr machen könnte auch. Und im Endeffekt war YouTube immer nur so ein Nebenteil dann, ab 2014. Weil YouTube war immer, das habe ich gemacht, um eben noch Leuten diese Freude zu bringen, aber eben auch meinen Freunden diese Freude zu bringen. Das war schon fast mit eines meiner Hauptziele, weil manchen ging es nicht gut. Und da habe ich immer gedacht, vielleicht schauen die sich am Ende deine Videos an und lachen. Und mit denen habe ich damals auch mehr geredet als heute. Das liegt auch ein bisschen daran, dass man in den Heidern jetzt mittlerweile dann auch ein bisschen älter ist und arbeiten muss beispielsweise und nicht mehr so viel Zeit hat. Aber auch das will ich ja 2020 wieder ändern. Aber dazu kommen wir gleich nochmal so ein bisschen zu den Vorsätzen für 2020. Und jetzt kommen wir aber so langsam mal sicher so in 2019 an. Also man könnte jetzt noch natürlich über die Zeit reden, 2017 bis 2019, wo ich mich sehr von YouTube zurückgezogen habe, wo ich mich auch sehr viel von Menschen zurückgezogen habe, die mir viel bedeutet haben und auch viel bedeuten, immer noch. Und wo ich immer noch sage, das war glaube ich einer der schlimmsten Fehler in diesem Jahrzehnt, die ich begangen habe, wenn nicht sogar der schlimmste, schlicht und einfach, weil es von meinem jetzigen Standpunkt aus nicht richtig war. Ich hätte die Zeit besser mit den Freunden, mit den Leuten, die ich, wie gesagt, für mich selbst lieb gewonnen habe, hätte ich besser nutzen müssen, hätte ich besser nutzen können, habe ich nicht getan und diese Zeit bekommt man nicht wieder zurück. Aber wie ich es schon gesagt habe, man kann nichts daran ändern. Man kann nur die Zukunft versuchen zu beeinflussen. Und ich würde behaupten, jetzt kommen wir dann so wirklich mal 2019 an, weil 2019 war glaube ich eins der Jahre, habe ich auch eben auf Twitter erst geschrieben, wo ich die meisten Hochs hatte, die meisten Hochzeiten, aber eben auch die meisten Zeiten in einem Loch verbracht habe, wo ich mich nicht gut gefühlt habe, wo ich demotiviert war, wo ich schlecht drauf war, wo ich, ja, einfach nicht weitermachen konnte, wo ich, ähm, kurz vorm Aufgeben war, sagen wir es so. Also es ist jetzt nicht so extrem, wie es jetzt vielleicht klingt, aber wo man schon gedacht hat, ich brauche einen Schnitt, ich brauche eine komplette Veränderung. Und angefangen habe ich diese Veränderung tatsächlich damit, dass ich wieder auf Leute zugegangen bin, die ich eben in diesem Zeitraum 2017 bis 2019 verlassen habe oder halt einfach ignoriert habe und ich mich drum gekümmert habe oder was auch immer. Und damit habe ich halt dann angefangen wieder. Und dadurch sind wieder viele Freundschaften entstanden, viele Freundschaften, die man auch trotzdem noch die ganze Zeit durchgehend hatte, wurden verstärkt und wurden verbessert. Und, ähm, ja, andere Freundschaften sind dieses Jahr auch zugrunde gegangen. Anfang des Jahres haben sich, sehr gute Freunde aus meiner Schulzeit, ähm, plötzlich zurückgezogen. Den Grund dafür kenne ich bis heute nicht. Es ist aber passiert. Aber auch da ist eher, ähm, mittlerweile tatsächlich eine, eine Egalhaltung eingetreten, schlicht und einfach, weil man gemerkt hat, dass diese Leute einen, ähm, in manchen Bereichen ausgenutzt haben. Ja, man war derjenige, der ein eigenes Auto hatte. Ja, wir müssen da mal hin, kannst du nicht fahren. Ja, mache ich, klar. Und Spritgeld hat man ganz selten gesehen. Äh, man wurde dann vielleicht mal auf eine Cola eingeladen oder so, aber das war es dann auch. Und dementsprechend bin ich da gar nicht mal so böse drum, dass diese Leute sich von mir entfernt haben, denn ich kann mir selbst keine Schuld geben dafür, schlicht und einfach. Dann gab es noch Probleme im finanziellen Bereich dieses Jahr, die ziemlich, ja, die auch noch 2020, äh, tatsächlich mit beeinflussen werden, in einem gewissen Bereich. Ähm, aber auch das ist in fünf Jahren sowas von egal. Es ist gerade natürlich ein Problem, wenn man monatlich einen gewissen Betrag einfach abgeben muss, um seine, ja, Schulden bei Mami und Papi zurückzuzahlen. Ähm, das ist ärgerlich und, ähm, hätte so alles nicht sein müssen. Man war halt primär, ist da Geld in, in ein Auto und in einen neuen PC reingegangen. Und aus diesem, aus dieser Spirale bin ich so nicht so ganz rausgekommen. Aber, das wird auch besser und, ähm, es passt alles. Dann natürlich auch Enttäuschungen, weil man sich Sachen vorgestellt hat, die hätten anders laufen können. Schlicht und einfach, da möchte ich jetzt auch nicht so weit drauf eingehen, weil es auch größtenteils schon alles zu lange her ist, beziehungsweise auch schon verarbeitet ist. Und, ähm, ja, das waren jetzt, sag ich mal so, die ganzen Tiefzeiten. Also, was, äh, und was gab es dann für Hochs? Die, die Hochs waren tatsächlich immer diese kleinen Funken an Hoffnung. in diesen Tiefs. Weil immer, wenn ich dachte, es geht nicht mehr weiter, kam irgendein Mensch um die Ecke und hat mir aufgeholfen. Sei es, wie gesagt, Yoshi, sei es die Shiri, sei es die Honey, sei es auch eine Kytos, der Astro, Molly, hatte ich eben auch vergessen in der Aufzählung. Seien es solche Leute, dadurch hat man gemerkt, man ist nicht alleine, man hat immer irgendwo noch Halt im Rücken und man fällt nie komplett auf den Boden. Irgendeiner ist immer da und selbst wenn man komplett auf dem Boden lag, hat er einem die Hand gereicht und aufgeholfen. Und das war, das waren die ganzen Hochs. Und das extremste Hoch, in Anführungsstrichen, weil es auch in einem Tief lag, das ist ganz komisch, war jetzt dann tatsächlich Ende des Jahres, weil mir da langsam auch sicher klar geworden ist, dass ich wirklich was ändern muss, dass ich wirklich wieder mehr für mein Lachen tun muss, dass ich einfach lachen kann, dass ich einfach abschalten kann und mich eben nicht immer nur noch darauf fixiere, auf die Probleme fixiere, sondern eher auf die Lösungen. Und die Lösung ist in ganz vielen Fällen einfach drüber zu stehen und zu lachen und zu sagen, du kannst es nicht ändern, du kannst nicht alles ändern, vor allem das, was passiert ist, kannst du nicht ändern, du kannst dann nur versuchen, eine Lösung für deine Probleme zu finden. Das ist manchmal, ist die einfachste Lösung einfach Akzeptanz, akzeptieren, dass es so passiert ist und die andere ist, du kämpfst ein bisschen darum, du versuchst es nochmal zu ändern oder zumindest rückwirkend nochmal zu verändern, dann sage ich mal, oder nee, nicht rückwirkend, sondern für die Zukunft zu verändern. Also, keine Ahnung, jetzt beispielsweise die finanzielle Geschichte, da versuche ich jetzt zukünftig einfach mehr Geld zu sparen, damit ich nie wieder so tief in die Schulden reinkomme, wie ich es jetzt gemacht habe dieses Jahr. Ganz einfache Geschichte. Das ist eine Lektion, die habe ich dieses Jahr gelernt und das versuche ich auch jetzt weiterzugehen. Auf anderer Seite habe ich Sachen akzeptiert, wo ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen will, die halt einfach so sind. Da kann ich nicht viel dran ändern. Da wird, entweder die Zeit ändert da irgendwann mal was dran, dass sich das ändert, irgendwann mal vielleicht wieder, wie gesagt, beispielsweise durch Freunde oder so, die man verloren hat oder ähnliches. Oder, es ist halt einfach so. Alles in allem war das so mein Jahr 2019, wie gesagt, mit sehr vielen Tiefs, aber eben auch diesen Funken Hoffnungen, die immer in einem hochgeendet sind, die immer, immer wieder dann da waren, wo es weiterging. und ich würde sagen, ich habe dieses Jahr nicht das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Und das auf gar keinen Fall. Aber ich bin in viele andere Richtungen, bin ich, glaube ich, sehr viel weitergekommen, als ich es jemals gedacht hätte, weil sich einfach viel verändert hat, weil einfach viel passiert ist, weil sich viel entwickelt hat und deshalb freue ich mich auch umso mehr auf das neue Jahr, auf das neue Jahrzehnt, wo ich schlicht und einfach an mir arbeiten möchte. Ich arbeite, wie gesagt, auch jetzt schon an mir. Es gibt ein paar Punkte, wo ich noch ein bisschen hinterher hänge, aufgrund von jetzt dann leider Gottes Ende Dezember Krankheit und so weiter und so fort, aber wo ich dann halt jetzt mit anfange, das ist beispielsweise Sport, bessere Ernährung, mehr für Freunde da sein, mehr für mich selbst tun, in Anführungsstrichen, also halt nicht nur auf die Arbeit fokussieren, sondern halt dann auch einfach mal um 16 Uhr, sobald ich gehen darf, einfach sagen, ich bin raus, Leute, ich bin raus, ich bin weg, tschüss, hab keine Lust mehr heute. Natürlich auch dann nur an Tagen, wo es auch wirklich mal geht, wo man dann nicht am nächsten Tag ankommt und dann denkt, scheiße, wärst du mal gestern lieber länger geblieben, sondern halt an Tagen, wo es mal geht, einfach mal früher gehen, beispielsweise. Sowas habe ich mir vorgenommen, aber trotzdem natürlich noch immer die Leistung bringen auf der Arbeit, die man bringen muss. und eben halt einer der wichtigsten Gründe oder einer der wichtigsten Punkte, den ich, glaube ich, gerade eben schon genannt habe, ist mehr für Freunde wieder da sein. Mehr wieder einfach da sein, mit den Leuten reden, mit den Leuten Spaß haben, weil das ist die Zeit, die eigentlich am wichtigsten ist. Mit Freunden und Familie Spaß haben und die Zeit einfach dann genießen und das möchte ich eindeutig tun im Jahr 2020, im kompletten nächsten Jahrzehnt und ich hoffe, dass jeder mich auch vielleicht noch begleitet. Das ist jetzt auch, der Satz geht jetzt primär an meine Freunde, aber eben halt auch an meine Zuschauer, die jetzt einfach hier seid. Ich hoffe, dass ihr zumindest bei YouTube, bei dem Weg, den ich hier weiterhin gehe, dass ihr da auch dabei seid. Wenn ihr natürlich nicht wollt, dann könnt ihr auch irgendwann gehen oder irgendwann, naja, ist auch egal, sag ich mal in Anführungsstrichen. Es würde mich trotzdem freuen, wenn ich euch auch gut unterhalten kann im nächsten Jahr und ja, es sind viele Projekte geplant, auch Projekte mit Freunden, wie zum Beispiel dem Yoshi, aber eben halt auch viele Einzelsachen sind geplant und viele Streamingsachen sind geplant und allgemein ganz eigentlich nur besser werden. So, ganz ehrlich. Jetzt nicht, weil das letztes Mal so, weil das alles davor so schlecht war. Nicht deswegen, sondern einfach nur, weil wenn auch nur ein Zehntel dieser, also zehn Prozent dieser Pläne einfach aufgehen, die ich habe, dann ist das schon einfach ein wunderbarer Fortschritt. und das würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr mich dabei begleitet, sowohl meine Freunde als auch meine Zuschauer und allgemein auch Menschen, die ich vielleicht noch nichtmals kenne jetzt gerade. Das ist auch immer schön, wenn man neue Leute kennenlernt und ich könnte jetzt noch sagen, vielleicht ist das auch alles ein bisschen sehr optimistisch momentan gedacht, aber es gibt Momente, in denen muss man auch mal einfach optimistisch sein, da darf man nicht pessimistisch oder auch nur realistisch sein, sondern muss man einfach sagen, weißt du was, nö, das nächste Jahrzehnt, das nächste Jahr wird einfach geile. So, dafür muss man zwar was tun, aber es wird so. Punkt. Und wenn was schief geht, dann geht es schief, aber das ist dann auch, naja, passiert. So, ist zwar ärgerlich, aber dann akzeptiert man es oder man versucht es mal ein bisschen zu verändern, dass es vielleicht nicht ganz so schief geht. Oder gegangen ist dann, in Anführungsstrichen, jetzt beispielsweise bei Freundschaften, die sich langsam auseinander leben, dass man da vielleicht noch den richtigen Punkt trifft, um zu sagen, okay, aber wir bleiben trotzdem noch gute Freunde, da kannst du dich immer bei mir melden, das ist alles okay. So was beispielsweise. Beispielschweige. Ja, meine lieben Damen und Herren, da das Video hier so gegen 20 Uhr kommt, möchte ich jetzt auch tatsächlich nicht länger reden, schlicht und einfach, weil ich möchte euch nicht davon abhalten, eure Zeit mit eurer Familie zu verbringen. Da war mal kurz ein kleiner Schnitt, weil ich spontan niesen musste. Aber ich möchte euch nicht daran hindern, eure Zeit mit eurer Familie zu verbringen und oder mit euren Freunden. oder mit wem auch immer. Und deswegen wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Wir sehen uns morgen wieder hier in alter Frische, im wahrsten Sinne, so hat es die Videos, die ihr morgen seht, kommen alle noch aus 2019. Und ja, bitte macht keine Witze, sowas wie, boah, ist das schon wieder lange her. Da kommt mir vor, als wäre es im letzten Jahrzehnt gewesen. Lasst das, die sind nicht lustig. ja, und dann kann ich mich eigentlich nur verabschieden mit dem letzten Video im Jahr 2019. Und im Jahrzehnt ja, es ist so ein bisschen surreal, das ist fast so wie die Jahrtausendwende. Gerade für mich irgendwie, weil die habe ich nicht so richtig mitbekommen, aber ist trotzdem gerade erstaunlich. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wie gesagt, wünsche euch allen einen schönen Tag und auch morgen auch einen schönen Tag. Feiert nicht zu hart. Solltet ihr heute auch ein bisschen mit Böllern rumhantieren, passt auf euch auf, passt auch allgemein auf euch auf, dass euch keiner irgendwie gegen den Kopf oder sowas wirft. Das muss ja nicht sein. Und ansonsten sage ich auf Wiedersehen. Danke und Tschüss. Bis zum neuen Jahr. Auf Wiedersehen.